Was geht ab Leute, euer Frapses hier, heute mit einem neuen Video. Heute in dem Video geht es auf jeden Fall um den Fortnite Gegenstandshop vom 8.1.22. Ich würde sagen, dass wir uns das Ganze natürlich gleich nochmal genauer anschauen. Auf jeden Fall haben wir gerade im Hintergrund die Pilzsichel am Start. Die ist kostenlos von Epic Games für uns, beziehungsweise sie sollte schon längst drin sein. Aber es gab ein paar Probleme mit dem Abholen von dem Geschenk. Und siehe da, Epic Games hat das Ganze jetzt bei uns in den Spind reingepackt. Also definitiv nicht einloggen vergessen, meine Freunde, über die Feiertage. Denn nach dem Event sozusagen wird es das auch nicht mehr geben. Deswegen loggt euch ein, nehmt euch das Ganze gerne mal mit. Dann würde ich sagen, soviel dazu. Wir gehen in den Items Shop und schauen uns an, was wir heute so alles erhalten haben. Und ich denke mal, heute sollten auch hoffentlich ein paar coole Sachen dabei sein. Die Pakete sind weiterhin vorhanden, Cobra Kai sind immer noch am Start. Im täglichen Bereich haben wir wiederkehrende Items zurück. Genauso wie im vorgestellten Bereich. Alles gut, schauen wir uns einfach mal alles an. Dieser Russentanz ist nach 35 Tagen wieder zurück. Die Jazzhandel nach 48. Nach 31 Tagen haben wir Cloak Shadow am Start. Nach 37 Instinct. Dann geht es einmal rüber zu Leviathan. Leviathan ist nach 47 Tagen wieder zurückgekehrt. Und dann haben wir nochmal hier Galaktische Karneval. Und dann geht es auch schon weiter. Und zwar hier nach oben Victoria Seint und ihre Spitzhacke ist nach 47 Tagen wieder zurückgekehrt. Die Taxifahrerin ist wieder da. Und zwar tatsächlich nach 32 Tagen inklusive Siegesrunde als Spitzhacke. Wir haben die Trinity Trooperin auch wieder zurück nach 39 Tagen. Es geht einmal nach oben und zwar zum Wrestling Paket hier. Beide Wrestling Skins aus diesem Paket sind nach 38 Tagen wieder zurückgekehrt. An sich auf jeden Fall nichts Besonderes. Kennt schon jeder und besitzt fast jeder. Und soviel aber auch schon hier zum Shop. Eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Ich würde mich soweit dann auch schon verabschieden und würde sagen, Freunde, wir haben uns im nächsten Video. Haut rein, geht mit dem Flow. Euer Frips und ciao.